Hey Leute, Elab hier und das hier ist jetzt, wie ihr dem Titel vielleicht schon entnehmen konntet, ein kleines Jubiläums-Special. Denn mein Kanal hat heute am 18.02. sein 5-jähriges Jubiläum erreicht und da dachte ich mir, da mache ich etwas Besonderes draus. Und daher habe ich Spielkartenshop.com angeschrieben und er war einverstanden damit, dass wir ein kleines Gewinnspiel machen. Insgesamt wird es 5 Decks zu gewinnen geben und was das für Decks sind und wie die Teilnahmebedingungen sind, dazu komme ich jetzt ganz im Detail. Wie gerade schon kurz angesprochen, wird es, passend zum Jubiläum, 5 verschiedene Decks zu gewinnen geben. Das wären zum einen das Knights Deck, das Bicycle Wood, das NOC Snow Leopard, Bicycle Tattoo und auch noch das Bicycle Red Plastic Cup Deck zu gewinnen geben. Jeweils an Einzelpersonen natürlich und die Decks werden vollkommen neu von Spielkartenshop.com versandt. Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels willkürlich aus den Kommentaren ausgelost und bitte auch nur jeweils eine Teilnahme pro Person und pro Kanal. Fragen und so könnt ihr natürlich ohne Probleme weiterstellen, also mehr Kommentare verfassen, aber bitte nur eine Teilnahme pro Person und Kanal. In den Kommentar für die Teilnahme setzt ihr dann natürlich das gewünschte Deck. Es ist auch möglich, dass ihr noch eine zweite Wahl einfügt, damit, sollte ich auf euren Kommentar während der Auslosung kommen und das erste Deck schon vergriffen sein, ich automatisch auf das zweite Deck bzw. eure zweite Wahl dann springen kann. Es ist theoretisch auch möglich, alle 5 Decks in eine Prioritätenliste einzufügen, in etwa wie es hier aufgeführt ist, sodass also eure Gewinnchancen maximiert sind. Denn, sollte ihr auf euren Kommentar kommen und ihr habt euch zum Beispiel nur das Bicycle Wood Deck gewünscht und das aber schon vergriffen sein sollte, dann ist euer Kommentar bzw. eure Teilnahme somit leider verfallen, weil das Deck schon weg ist und ich muss jemanden weiteren suchen, bei dem es noch ein Deck in der Liste gibt, das noch verfügbar ist. Also, solltet ihr eure Gewinnchancen maximieren wollen, macht ihr das in etwa so wie in dieser Prioritätenliste, aber macht es wirklich bitte nach den Prioritäten, damit ich erstens weiß, dass ihr dieses Video geschaut habt und nicht einfach irgendeinen Müll in die Kommentare postet. Und zweitens, ich wirklich weiß, in was für einer Priorität ihr das Deck haben wollt und nicht einfach nur in einer Liste geschrieben. Das Gewinnspiel wird eine Laufzeit von genau einer Woche haben, das heißt ja bis zum 25.02. Zeit und danach wird sich auch der Titel von Gewinnspiel Open zu Gewinnspiel Closed ändern und ich werde dann versuchen, am 26. direkt das Auflösungsvideo hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich dazu kommen werde, es könnte theoretisch auch der 27. sein, aber es wird dann auf jeden Fall in ganz naher Zukunft kommen. Ich werde das vermutlich nur in einem ganz schnellen Video über die Webcam machen, damit ihr wirklich schnell das Video habt und schnell wisst, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und das wäre es dann noch soweit zu diesem kleinen Jubiläum Special. Ich hoffe einfach mal, es hat euch gefallen und natürlich auch viel Glück an alle Teilnehmer. Und dieses Video hier wird jetzt auch die neuen Anmerkungen bzw. die neue Endcard haben, denn ich stelle jetzt langsam mal die Anmerkungen um und schaue einfach mal, wie das Feedback von euch ist, ob euch das besser gefällt, weil diese Anmerkungen sind ja auch mit dem Handy bzw. Mobilgeräten nutzbar. Da schaue ich einfach mal, ob euch das gefällt und ob die Timeline in der Beschreibung ausreicht oder ob ihr doch lieber die Anmerkung in den Videos weiterhin haben möchtet. Und das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. See ya! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.